Moin Moin, was geht? Wir sind da wo wir letztens aufgehört haben. Wer hätte es gedacht? Ja. Wir suchen jetzt immer noch diese einen Plattform die Tüten wegzuhauen Komm mal ran hier auf den Meda Nice Ja, klappt gut Verfehle doch nicht Was ist mit dir? Legst du da so ein paar Sichtchen? Ja, wir haben gerade liegen Kein Problem mit Ich bin richtig in Stimmung Bleib liegen Kackhund Ja, wir wollen noch was mal Du da unten Ja, komm da her Ja, komm Ist das alles? Ist das alles? Komm schon Komm schon So, sieht's nämlich aus. Das hebe ich jetzt hier erstmal auf. Aber wenn der Dicke hier steht. Oh, apropos. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Hallo? Wo führt das denn hin? So ein Shortcut. Zum nächsten Boss. So ein Shortcut. 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 es kommt mir bekannt vor aber ich bin nicht zu 100 prozent sicher doch 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 das ist hier ok jetzt eine abkürzung in dem sinne keine ahnung wie weiß ich nicht vielleicht braucht man es später hiermit kriegen wir die auch ne ja da unten kriegen wir saun die auf da drüben kriegen wir saun die auf aber ich würde euch mitnehmen brauche ich trotzdem mal probieren aber wir waren ja doch noch nicht warum traue ich den braten nicht hatte die werden auf jeden fall gegen mich feiten man hört sie doch ich traue den braten sowas von nicht wir kommen gleich noch mal auf euch zurück gerne meine kraft einsammeln das bisschen was ich da hatte okay hier waren wir auch noch nicht sind so Wop! Ein Ring des Schutzes. was schützt er denn? da ist er ok wahrscheinlich gegen alles ne? feuer, frost, schutz und sowas so, wie geht es hier nicht nochmal hoch, denn es wirkte so hier kommt man anscheinend irgendwie so rum ach so, vielleicht ist es, wenn wir hier unten irgendwo lang gehen, die treppe äh, die treppe sag ich, die leiter, weil die ist doch nicht, oder? da bin ich komplett fehl am platz, nein, dies ist nicht ach, warte mal, ich habe mich geguckt, ja, ja, das ist ja die Tour warte mal, warte mal, warte mal du schon wieder warte mal, warte mal du schon gleich Da gehen wir gleich nochmal hin. Aber erstmal will ich... Ja, wo würde ich hin? Wo ist es? Es kann doch nicht sein, dass wir da immer so rüber müssen. Also in die Umbra-Welt. Das ist schon ein bisschen nervig. Warte mal. Da sind wir jetzt hier gerade... Lol, wir sind doch richtig hier. Geil. Outplayed. Geil. Trotzdem ist hier doch ein Leiter da nicht. Warte mal. Bin doch hier mal runtergefallen. Wo ist die Leiter? Ach ne, die ist da. Und wenn ich sie jetzt weitergefallen Hallo So, pssssss, leise leise Ha Ha Endlich Was haben wir hier schönes? Was war das jetzt? Was war das jetzt? Ja Na 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 diese laster schaden oder die laster schaden. sehe ich da wieviel schaden ich gemacht. muss ich dir jetzt eine waffe sehen oder? 450. wenn es das ist. was schweilen gegenstatus effekt gut ich mache eigentlich nur nur Blutung drauf. Was warst du nochmal? Ja, nö. Ups. Alright. Dann gehen wir da mal jetzt hin. Zu dieser Party. Zu dieser. Weil. Hat sind wir hier schon komplett durch? Oder ist hier irgendwo noch sowas versteckt? Durchgang oder so? Was ziehe ich da noch aus? Wo ist denn hier noch so eine Party? Steht der nicht direkt unter uns? Ist das? Nee. Da ist er. Lustigerweise könnten wir den bestimmt von hier oben abschießen. Ja, wobei der halt sich auch immer das Tore. Aber den Rest könnten wir abschießen. Wobei die sind... Was ist das für einer? Da muss ich näher ran. Was ist auch so einer? Warum sieht der denn komisch aus? Voll komisch am Beben. Sind sie allesamt? Also haben wir nur ihn. Eigentlich. Voll. Hätte schon Bock da auf ihn drauf zu jumpen, um ehrlich zu sein. Klappt das? Von hier klappt das, glaube ich. Ja, schade. Oh. Ja. Ja. Das war's für heute. Ein Schlüssel! Guck mal, irgendwas ist komisch mit dem Anvisieren. Boah, da ist wirklich ein Köder. Ey! Generell, warum? Der sitzt einfach hier. Das ist kein Bock. Er wollte unentdeckt bleiben. Das ist nicht geschafft. Öffnen? Na klar. Hallo, mein Freund. Bleib da, wo du bist. Oh! Hallo! oh nein das kommt auch das mehr runter ach so ja halt ab ja 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 komm 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 nein der lacht noch so druckig nein was ist denn los scheiße ernst alter gleich haut mich hier eine kleine meine haut du mal ab nein ja hm ja 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 ist was haut ab er haut ab glaube ich ja ach du arsch alter ich weiß wo wir sind ja 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 kurz klarkommen wir wollen jetzt die richtung hier ist es gut hier ist es gut nein es nein du 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 Oiii, oiii Aha Aha Pssst, nice Gleich nochmal zurück Unten war ja auch noch was Gehen wir vielleicht auch auf Wo sind wir denn hier? Komm 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 Schwach Na Ist immer was normales Ist jetzt hier der gleiche Weg nur unten Scheint so Wow Okay Äh Schon ein Stück Von da unten Das ganze wieder hoch Änderts was wenn ich da jetzt den Speicherpunkt setze Dann müssen wir auch wieder hier hin Hm Macht jetzt auch nicht so viel aus Nimm nur noch einen, richtig? Äh Ja Naja komm warte mal setzen wir den trotzdem jeden Dann sehen wir hier wahrscheinlich Kurz davor der Bossfight ansteht Äh Wo ist er denn? Da Ja Lass mal auf werden Hat für ein gutes Stück sein, da Der doof 20 zu bringen Ich glaube das lohnt sich am Ende Hä? Was war das jetzt? Achso das war das Vieh selber Oh Und wieder weg Oh Mann Ja Ja Das war's für heute. na wir warten ja hier kommen wir gleich eins am anderen erst mal du ich weiß, dass ich mich, was meine Blut und unsere Heilige Sorcerer können, ist alles für temporäre geliefert und wenigstens das, diese Krankheit ist unnatürliche und ich glaube, ich weiß, warum meine Frau, ich glaube, dass diese Korruption ist, dass die Rogar in Natur ist unmöglich, dass die Beacon stand und Adair und die Rogar bleiben im Präsenz. Ich versuche, dass ich Mh, zwei von euch? Dov, zwei, zwei, drei. Jaaaai! Okay. Mann, warum? Ach, das kann man nicht blocken? Mann! Ähm! Äh, Tümer! Ja! Äh! 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 So! Denn ich habe jetzt vor, hier sowieso rüber zu gehen. Äh! 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 Ja! Äh! Alter, gegen zwei von denen ist so asozial. Weil die ja immer abbauen. Äh! 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 So! Neue Strategie! Äh! 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 mein gott er ist doch gut mach schneller meine güte dauert er dir lange ich hatte jetzt keine lust hier ewig mit ihnen herumzukriegen alles klar warum kommen die denn ins denn ey ich meine güte ich komme da doch nicht raus wenn die um mich rumstehen alles klar gehen wir den umständlichen weg wir killen hier unten alles dann gehen wir da rein holen die da raus ja wahrscheinlich meine güte ja 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 dann kommt man mit ja 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 warum kann ich nicht anvisieren wie ich hier da ist doch immer zu fack doch Alright, come on. Wo ist das denn? Warum kann ich den nicht anvisieren? Bestimmt erst, wenn ich den Allang gekillt habe. Und der ist wohin? Was ist das für ein Quatsch? Okay, das ist mir aus. Also irgendwas stimmt hier doch mit dem Anvisieren sowas von überhaupt nicht. Also ich drück... Das ist ein Quatsch, Das istbesch. mein gott nee ich flippe gleich noch komplett aus was willst du denn jetzt von mir du kackhoffene alles klar es geht einfach immer noch nicht muss jetzt hier kaputt schlagen oder was ist damit normal ist das doch immer zum anvisieren warum geht das nicht also komplett verpackt irgendwie also gut dass das jetzt so funktioniert hat aber normalerweise konnte man selber anvisieren stresse ich irgendwie so jetzt machen wir ihn noch mal ok Geht der haut gerade ab. Ah ne kommt wieder. Perfekt. So you still live. After a fashion revenant. This threshold will mean nothing to you. Yet it was once forbidden for any man to set foot on the grounds of the Abbey. Just one of the many edicts to crumble with the Order's collapse. Still, I hesitate to trespass. But our Immaculate Lady waits beyond. So trespass I must. Judge Cleric cannot know what's become of her hallowed Sentinels. Or the land we were sworn to protect. She would never allow such atrocities to be committed in her name. I just need an audience with her. When she knows the truth, she'll purify the Order. And the Rogar can finally be driven from this holy soil. Peter is certain of your role as a servant of Aureus will. I've yet to see enough to believe that. But I'll admit there's time yet. In Radiance judgment. No avail of all that is. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. So. Haben wir denn hierye schönes. Ehh? Mmem. also ok ein ring wird die balance inwiefern vitalität und beständigkeit nehmen wir mal und balance auch könnt ihr uns auch holen ja gut was wir haben das haben wir noch einen ring hat er nicht ne wieso und zwar ne du ja ja ich hab mich beschwert wo ist der ring balance munition dann wird grad abgelegt warte mal da oben vielleicht stärke liegt da nicht das ist ja unsere wichtigsten attribute quasi achso es geht hier runter ja aber da gehen wir nicht hin ich glaub das ist danach wir wollen erstmal den hier werde ich machen kann natürlich auch sein wie beim letzten mal dass hier gar nicht der bossfight ist sondern vielleicht wirklich die eine stelle der kampf ist das wäre jetzt natürlich doof wenn das bedeutet wir müssen da durch sprinten ich versuche die hier alle nicht zu bekämpfen wir müssen da lang ja keine zeit für dich oh mein gott dich machen wir aus prinzip das ist nervensäge dich lassen wir weg achso das ist schon hier ah ok ich dachte wir müssen noch ein bisschen mh ganz schön und cool hier oben ok nehmen wir so schauen wir mal was uns hier jetzt erwartet mal ganz ehrlich ich glaube das wird der bosskampf ja oh mein gott ok ich habe das gefühlt werden gegen die anderen kampf missen oh mein gott oh oh ach du scheiße was oh mit spaß da teilen wir uns aber für die nächste folge auf oh da muss ich mich mental drauf vorbereiten das wird ein richtiger krampf glaube ich also wenn es nur die beiden sind ok wird es vielleicht noch gehen aber ich habe das gefühl da kommen noch die anderen statuen stellt euch auf mehrere folgen bosskampf ein wenn es dann mehrere statuen sein werden ja like gerne subscribe damit ihr es nicht verpasst beim nächsten mal kommentiert gerne ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal haut da rein ciao 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 ciao